Moin Leute, wir gucken uns in dem Video heute mal ein bisschen genauer an, welche 4-Sterne-Monster man vielleicht so ein bisschen vergessen hat über die Zeit, die immer wieder ein bisschen mehr Liebe gebrauchen könnten, vielleicht in einem der nächsten Balance-Patches, wenn nicht gleich mit dem nächsten, dann vielleicht auch mit den übernächsten Balance-Patches. Balance-Patches sollen jetzt alle zwei Monate kommen, da ich bin mal sehr gespannt. Und ich dachte, wir gucken heute mal ein bisschen genauer auf die 4-Sterne-Familien, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ihr seid auch wieder gefragt in den Kommentaren, gebt gerne eure Meinung dazu ab. Habt ihr Verbesserungsvorschläge zu bestimmten Skills oder Monster-Familien, schreibt das gerne in die Kommentare. Mehr Augen sehen mehr und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Wir gehen jetzt hier also als erstes die Monster-Box gemeinsam durch. Wir gehen nicht alle 4-Sterne-Monster durch, sondern ich gehe jetzt nur die reinen 4-Sterne-Monster durch. Also keine Skogul-Familie, keine Riesenkrieger-Familie, keine Epikon-Priesterinnen und auch so Familien, die so wie die Ninjas hier irgendwelche Net-Fives noch in ihrer Familie haben, die würde ich jetzt auch mal außen vor lassen. Wir gucken uns jetzt wirklich primär die reinen 4-Sterne-Monster-Familien an. Ich werde auch nicht auf jedes einzelne 4-Sterne-Monster eingehen, sondern die 4-Sterne-Monster-Familien, wo ich sage, die sind okay so. Die würde ich jetzt hier natürlich unerwähnt lassen. Deswegen, wenn hier irgendwas fehlt, dann liegt es daran, dass das aus meiner Sicht so okay noch momentan ist. Wenn ihr dazu andere Meinungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, aber möglichst dann mit entsprechenden Vorschlägen, wie man es verbessern kann. Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt auch direkt an, indem wir uns vielleicht mal die Kitsunen angucken als Ernst. Das ist jetzt nicht verwunderlich wahrscheinlich, dass die Kitsunen sozusagen eine Familie ist, die ich ja auch schon öfter, gerade auch im Livestream, wenn wir mal Openings machen, immer so als typische Meme darstelle, weil sie aktuell halt momentan, gerade seitdem es 12er-Dungeons gibt, sind wenigstens die wenigen Kitsunen, die man damals noch in Dungeons benutzen konnte, sowas wie Shiva oder Arang, die sind ja in den 12er-Dungeons jetzt auch komplett vorbei. Also die gibt es ja gar nicht mehr. Und auch andere Units wie Soha oder die anderen beiden hier, die nutzt man wahrscheinlich auch nur sehr wenig, wenn überhaupt im Gildenkampf oder im Belagerungskampf kann man die beiden hier nutzen. Und aber ganz ehrlich, wer macht das? Und ja, da dachte ich mir, wir gucken uns mal so ein bisschen die Skates an, wie kann man sie vielleicht auch verbessern. Bei Shiva finde ich persönlich, die zweite Fähigkeit könnte ein bisschen mehr Interaktion mit der dritten haben. Die dritte Fähigkeit ist ja so ein Fünffach-Hit, der ein Branding auslösen kann. Also so ein Brandmal, damit kriegt ihr 25% mehr Schaden auf den Gegnern, wenn das Brandmal drauf ist. Und hier würde ich mir persönlich eigentlich wünschen, dass man vielleicht eher entweder, dass man mit der Brandmal-Fähigkeit hier niemanden mehr aufweckt, weil Ziel ist es ja meistens, gerade wenn ich jetzt diese Shiva vielleicht auch in Dungeons benutze, da können wir zum einen nicht sleepen, ja, und zum anderen kriegen wir dann hier diese Zusatzrunde, können hier ein bisschen die Codowns wieder runternehmen durch die Zusatzrunde, okay. Und sollten dann aber, sollten wir mal jemanden einschläfern können im PvP-Content, dass man vielleicht mit dem Phantomlicht den nicht sofort wieder aufweckt, wäre so eine Idee, die ich hätte. Die Codowns sind glaube ich fein, drei Runden ist gut, ist ein guter Wert. Aber ich finde, hier sollte noch eine andere Interaktion rennen. Vielleicht kann man noch überlegen, ob man das Branding vielleicht auf die zweite Fähigkeit legt und den Sleep auf die dritte, ja, so, dass man das ein bisschen tauscht. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht, dass man quasi eine Fünffach-Chance hat, den Gegner einzuschläfern oder solche Geschichten. Wobei das hier glaube ich auch schon eine 100% Chance ist, die auch nicht so schlecht ist. Zwei Runden Sleep ist an sich ziemlich gut, aber ich würde mir wünschen, wenn hier wirklich gesleebt werden soll, dass dann die Fähigkeiten, die anderen Fähigkeiten, dann die gesleebten Targets möglichst nicht aufwecken. Das geht sowohl für die dritte als auch für die erste Fähigkeit. Ansonsten finde ich eigentlich die restlichen Fähigkeiten, kann man hier bei der ersten Fähigkeit maximal darüber nachdenken, dass man vielleicht ein bisschen mehr Aktivierungsrate noch auf den schädlichen Effekt, der hier kommt, mit drauf packt. Aber viel mehr ist es dann eigentlich nicht. Zweite Codown im Bunde, aus meiner Sicht Zoha, die ist eigentlich, sieht schon sehr gut aus aus meiner Sicht, aber die ist ja so, die könnte man in der Theorie so ein bisschen als Budget Tiana benutzen. Tiana, die Polarkönigin in Wind, die ist schon nicht so schlecht, beziehungsweise die Polarkönigin in Wind ist ja auch ein sehr einzigartiges Monster und man könnte Zoha vielleicht zu einem Budget Tiana Monster machen. Dafür ist die dritte Fähigkeit schon in die Richtung, sag ich mal, vorentwickelt. Wir sehen hier gerade, dass allen Gegnern Schaden hinzugefügt wird, ist ein bisschen anders, als es bei Tiana ist. Was auch gut ist, entfernt hier stärkende Effekte aller Feinde, also 100% Chance, alle stärkenden Effekte runterzunehmen und dann wird auch ein schädlicher Effekt aller Verbündeten gleichzeitig noch runtergeklänzt. Das überlesen sehr viele. Was hier so ein bisschen fehlt, was Tiana hat, ist so ein bisschen vielleicht noch Angriffsbalkenerhöhung fürs verbündete Team. Das würde ich mir noch wünschen. Muss ja nicht viel sein, so etwas wie 10% oder so was oder 15% Angriffsbalkenerhöhung. Dann ist das quasi eine Budget Tiana, aber sie hat nicht die große Stärke, die Tiana hat, wie beispielsweise das Ganze runternehmen der schädlichen Effekte, dass da keine Resistance passiert, also dass man da nicht widerstehen kann. Das hat immer passiert sozusagen und vor allem, dass sie auch keinen Schaden macht. Das ist ja bei Tiana der große Pluspunkt. Deswegen muss sie es aber nicht vor, könnte man vielleicht sie so ein bisschen in die Richtung von Tiana entwickeln, aber natürlich nicht zu 100% Tiana, weil dafür haben wir ja Tiana. Da würde ich mir wünschen, dass man hier welche dritte Fähigkeit so ein bisschen mehr anpasst. Ansonsten, der Rest ist wieder fein. Ich würde hier vielleicht auf der ersten Fähigkeit wieder ein bisschen Aktivierungsrate nach oben ziehen noch, aber ich glaube, für so eine erste Fähigkeit ist das eigentlich schon okay und die zweite finde ich auch grundsolide. Aber ich finde, mit so einer Stripfähigkeit zusammen, vielleicht gibt es hier auch noch eine schönere Lösung, aber ich glaube, Seelendieb an sich ist eine gute Fähigkeit, da muss man eigentlich nicht viel machen. Bei Arang würde ich mir eher wünschen, dass hier ist eigentlich Arangs aus meiner Sicht ziemlich fein, als jemand, der sehr starken Single-Target-Schaden machen kann. Also auf einzelne Ziele kann die sehr viel Damage drücken. Damit sie vielleicht auch im PvE-Content wieder nutzbar ist, würde ich mir wünschen, dass wir hier vielleicht noch so ein gewisses Enemy-Max-HP-Scaling mit dabei haben. Also, dass die gegnerische Max-HP quasi auch noch irgendwie mit einer Rolle spielt, weil sonst ist es einfach nur so, dass sie mehr zum Debuffer wird, gerade im riesen OG-12, als irgendwas anderes. Vielleicht kann das noch ein bisschen dazu führen, dass man sie vielleicht wieder viel eher im PvE-Content sieht. Ansonsten wird man sie wahrscheinlich aktuell nur durch die Angriffskraft Windlead mit einem Duschen zusammenspielen. Zumindest habe ich die da momentan, wenn überhaupt im Einsatz, auf Fightrun und sonst eigentlich nichts mehr. Ja, sie ist halt ein Single-Target-Damage-Tealer, der sehr viel Schaden drücken kann, aber gerade im PvP-Content sieht man so weit eigentlich fast gar nicht mehr, dass jemand Einzelzielschaden, so viel Schaden drückt mit Arang, wenn überhaupt nutzt man sie eigentlich nur noch als Leader. Deswegen würde ich sie vielleicht hier eher in den PvE-Content wieder mehr rücken, wo sie ja schon mal mit war, gemeinsam mit anderen Monstern damals. Und hier konnte man ja vor allem vielleicht die gegnerische Max-HP in Scaling mit reinbringen. So, die gute Chami habe ich mir sagen lassen, oder Chami soll wohl recht gut sein, was das Handeln von Dark-Tanks angeht, gerade aufgrund der dritten Fähigkeit der Reinkarnation. Der gute Chinsa hatte mir gesagt, dass gerade im Gehirn- und Belahrungskampf man sie durchaus nutzen kann für sowas wie Martinas tanken oder halt andere Dark-Monster, die ziemlich viel Schaden drücken können. Ich denke da vor allem an so die Dark-Schimären. Dafür soll Chami womöglich gut sein, was ich mich so ein bisschen allerdings wünschen würde, ist gar nicht, dass man die Spells so groß anfasst, sondern, dass man sich vor allem vielleicht ein bisschen mehr auf das Thema Base-Stats mal, also vor allem auch nicht nur Base-Stats, sondern auch das Thema, sie ist ja dann wahrscheinlich eher so ein Rückhalt-Monster. Also diese Monster, sie kann zwar Schaden drücken, ja, aber sie ist ja dann eher so ein Rückhalt-Monster und nicht Angriff. Sie hat die Base-HP ist okay, sie hat wieder viel Attack hier, was wahrscheinlich mit ihrer zweiten Fähigkeit einhergehen soll. Aber da würde ich mir eher wünschen, dass es hier vielleicht mehr so in Richtung mehr Defense noch geht, dass sie halt noch mehr Support-lastig ist. Aus meiner Sicht ist es ein reines Support-Monster. Sie kann hier quasi mit der dritten Fähigkeit alle schädlichen Effekte auf sich selber entfernen und mit 100% wiederbelebt werden. Alle Fertigkeiten mit Ausnahme, und dann kann jetzt so stacken, alle Fertigkeiten mit Ausnahme von Reinkarnationen können dann wieder verfügt werden. Und dann zusätzlich erhältst du bei jeder Nutzung von diesem Spell 50% Angriffskraft und Defense dazu. Das bedeutet, dieser Spell an sich hat ja schon, du brauchst eigentlich gar nicht so hohe Werte für Attack, vielleicht eher ein bisschen mehr für Defense und HP, aber damit kannst du schon sehr hoch skalieren sowieso. Du kannst bis zu 5 Mal das nochmal kumulieren lassen. Und das ist schon nicht so schlecht, glaube ich. An sich ist es eine spaßige Fähigkeit an sich, die hat sogar 3 Runden Cool-Down, bloß hat, wenn sie ausgeskillt ist, was auch okay ist von den Cool-Downs, glaube ich. Da muss man nicht mehr viel machen. Hier könnte man sich vielleicht überlegen, warum ist die zweite Fähigkeit, warum hat die zweite Fähigkeit einen längeren Cool-Down als die dritte? Wundert mich auch. Hier könnte man vielleicht auch mal überlegen, ob die ein bisschen runter geht. Und mehr ist es hier wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht geht man hier auch auf einen anderen Scaling, wobei das Attack-Scaling hier drin ist schon nicht so schlecht. Ich glaube, der Seelenlieb ist völlig in Ordnung. Ja, und hier ist, glaube ich, auch ein Heal-Block. Also hier würde ich mir wahrscheinlich eher mehr wünschen, dass so das Thema Angriffstyp und vielleicht ein bisschen mehr Base-Defense dazukommt, statt dem, was wir momentan haben. Bei Kamiya habe ich so ein bisschen ein Problem mit der zweiten und dritten Fähigkeit, also wie die miteinander interagieren, wenn sie dann miteinander interagieren sollen. Die zweite Fähigkeit kennen wir ja schon. Wir sleepen jemanden für zwei Runden, erhalten danach eine zusätzliche Runde und könnten dann theoretisch sofort den Albtraum auslösen, was ich an sich interessant finde. Nur ist das Problem bei Albtraum, dass wir hier, sobald das Ziel schläft, 100% Crit-Rate bekommen. Wunderbar, weil hier in dem Spell ist sozusagen verbaut, dass wenn man krittet, betäubt man garantiert das Ziel. Nur ist das Problem, dass man dann ein Zwei-Runden-Sleep gegen ein Einrunden-Betäuben eintauscht. Also man macht basically, dass CC was drauf ist, schlechter mit dem Albtraum. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Was ich hier eher mir wünschen würde, ist, dass man diese Crit- mit der kritischen Rate, diese Mechanik, die finde ich okay, die kann man machen. Die ist auch bei Aetna sehr angenehm. Also Aetna hat ja sowas auch. Dass man quasi, wenn man krittet, jemanden betäubt, das kann man glaube ich drinnen lassen. Aber dass man quasi, dass man das Ziel dann sozusagen, also mit dem Schlafen, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, dass man den Schlafen dann austauscht gegen Crit. Ich würde hier eher sowas machen, wie dass man noch zusätzliche Verwundbarkeit irgendwie drauf kriegt. Also, dass man entweder noch einen Defense Break dann trifft, garantiert, oder dass man dann vielleicht ein Branding oder irgendwas in der Richtung, was das Ziel verwundbarer macht und mehr Damage fressen lässt, wenn schon ein Sleep drauf ist oder wenn man halt kritisch trifft. Sowas in der Richtung würde ich mir hier auf Kamiya wünschen. Gerade weil das Thema heißt ja Albtraum, dass so ein Albtraum halt wirklich wie ein Albtraum wird, dass man dann aufwacht und vielleicht verwundbarer ist, weil man gerade schlecht geschlafen hat, so nach dem Motto, um die Story mal zu Ende zu spinnen. Da würde ich mir eher wünschen, dass man nicht quasi sich dann selbst beschneidet dabei, dass man quasi sein Zwei-Runden-Sleep, was schon recht mächtig ist, gegen eine Einrunden-Betäubung austauscht. Oder man macht halt Zwei-Runden-Betäubung draus, um es einfacher zu halten. Das wäre ja auch nicht so schlecht. Wobei ich dann den Sinn nicht verstehe. Betäuben und Sleep haben ja fast, glaube ich, also wenn es ein Frost, wenn es Frost wäre, also wenn man quasi sein Sleep gegen eine Frostfähigkeit eintauschen würde, dass der Gegner eingefroren ist, dann ist das in Ordnung, weil beim Einfrieren, der Einfrieren-Debuff ist ein bisschen stärker als Betäuben, weil ja dann die Cooldowns sozusagen auch noch eine Rolle von dem eingefrorenen Ziel spielen, ja, weil die Cooldowns ja dann nicht runtergehen, wenn die Runden kommen. Allerdings ist das bei Betäuben und Sleep, die sind ja ziemlich ähnlich, nur unterschiedliche, die machen eigentlich das Gleiche, nur es sind unterschiedliche Zustände, außer ich habe jetzt irgendwas komplett verpeilt. Und deswegen würde ich mir hier wünschen, dass man hier nicht das Betäuben macht, sondern entweder Einfrieren oder man macht zwei Runden Betäuben oder zwei Runden Einfrieren, sowas in der Richtung, oder man macht das Ziel halt verwundbarer. So würde ich es halt eher lösen. Die nächste Monster-Familie ist wahrscheinlich auch wenig überraschend für die Leute, die regelmäßig auch die Twitch-Streams verfolgen, die Undinen. Undinen sind tatsächlich an sich eine Monster-Familie, die nicht so weit weg ist, richtig gut zu sein. Und es sind immer nur Kleinigkeiten, die dort fehlen, also am Charakter-Design ist gar nicht so viel schief, muss man dazu sagen, sondern eher, dass vielleicht so Sachen wie Base-Stats oder Cooldowns eher eine Rolle spielen oder die erste Fähigkeit so ein bisschen aus meiner Sicht verändert werden kann. Und gar nicht, also manche Sachen sollten eher weggelassen werden oder ein bisschen was hinzugefügt, als dass man hier groß Charakter umdesignen muss, aus meiner Sicht. Wir gucken uns mal an, was ich damit meine. Bei allen Undinen ist die erste Fähigkeit so, sag ich mal, designt, dass sie immer eine kritische Treffer-Interaktion hat. Also immer, wenn kritischer Treffer passiert, dann werden bei den Undinen Angriffskraft debuff hier passieren bei Athenai oder hier wird dann der Gegner eingefroren oder hier wird dann, glaube ich, Angriffstempo debuff verteilt und so weiter und so fort. Jede einzelne Undine hat immer diese, aber immer diese Interaktion, dass das immer nur dann passiert, wenn ein kritischer Treffer gelandet wird. Why? Also das ist so etwas, was ich gar nicht verstehe. Kritischer Treffer hat hier nichts zu suchen auf einem Rückhaltmonster, finde ich persönlich und wenn es hier was zu suchen hat, dann müssten alle anderen Fähigkeiten auch auf Crit-Rate irgendwie interagieren. Tun sie aber nicht und deswegen würde ich mir hier wünschen, zumindest bei allen Undinen wenigstens diese Abfragebedingungen, wenn du einen kritischen Treffer landest, rauszunehmen und das meinetwegen entweder so zu lassen mit der mit der Aktivierungsrate oder hier eine bestimmte Aktivierungsrate noch mit reinzumachen. Logischerweise, weil wenn ich das einfach nur rausnehme, hat die wahrscheinlich 100% Aktivierungsrate oder momentan ist die Aktivierungsrate halt an den kritischen Treffer gebunden, dass hier der Angriffskraft debuff passiert. Finde ich ein bisschen schade, ich würde es eher so machen, wie man es beispielsweise, wir gucken uns mal ein Monster an, was sehr ähnlich ist, was zumindest hier zu Artenei unter ersten Fähigkeit gehört und das ist quasi Colleen. Ich würde mich eher so an der Aktivierungsrate von dem Blackout-Kick orientieren, weil ich meine, der ist quasi fast bedingungslos und die hat nur diese Aktivierungsrate von, ich glaube, die geht sogar bis auf 70% hoch. Das ist ein Wert, an den man sich mal orientieren kann für Artenei aus meiner Sicht und dann braucht man hier eigentlich bei Artenei gar nicht mehr so viel machen. Der Rest war eigentlich aus meiner Sicht glaube ich auch in Ordnung. Hier vielleicht wieder so zweite Fähigkeit, Cooldown würde ich hier eher ein bisschen runtersetzen auf drei Runden und hier genauso runter auf vier Runden aus meiner Sicht. Auf viel mehr ist es gar nicht, man kann sicherlich noch darüber überlegen, ob man hier noch ein bisschen Heilung dazu bekommt, aber ich glaube, wenn die voll ausgeskillt ist, heilt die schon genug. Die gleicht ja so ein bisschen Leben aus und heilt dann wieder hoch. Ich glaube, das ist fein. Hier würde ich eher an den Cooldown schrauben, dass man hier jeweils bei beiden Spales jeweils um eine Runde noch runter geht und dann ist Artenei schon fein. Ähnliches Spiel bei Mikene. Mikenes erste Fähigkeit hat man schon gesprochen, das würde ich ähnlich handhaben wie bei dem anderen, dass man wieder die Aktivierungsrate einfach nur mit hinzufügt und kritischen Treffer rausnimmt. Dann Wasserrausch, kann eine sehr mächtige Fähigkeit sein. Trotzdem würde ich mir hier wünschen, dass wir die auf drei Runden reduzieren von der Abklingzeit und sie kann sehr mächtig sein, weil momentan oder aktuell sehr, sehr, sehr wichtig sind Streifschuss-Debuffs. Das unterschätzt man gerade im PvP-Bereich sehr. Streifschuss-Debuffs sind sehr eklig und sie macht hier mit ihrem Angriff quasi alle Feinde angreifen und kann Streifschuss-Debuffs verteilen. Ich sage nur, die Chongpung-User, also die Pinsel-User, die werden sich daran erinnern, dass gerade der Streifschuss- Debuff ziemlich mächtig sein kann. Zusätzlich hielt sie dann auch noch, was ich gut finde. Ich würde das hier auf drei Runden runtersetzen und dann ist die Fähigkeit wahrscheinlich schon fein. Warum man hier noch Schaden hinzufügt, weiß ich nicht. Ich würde hier Schaden eigentlich weglassen und würde hier sowas wie entweder noch Aktivierungsrate für den Streifschuss geben, aber wirklich marginal nur und dann vielleicht noch, meinetwegen noch ein bisschen mehr Heilung, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Das muss nicht noch mehr sein. Und dann haben wir uns die dritte Fähigkeit, wo ich sagen würde, solide an sich, allerdings zu hohen Cooldowns. Mal wieder, wieder auf fünf Runden maximal reduzierbar. Hier würde ich mir auch wieder vier Runden wünschen, wieder eine Runde runter und dann wäre sie wahrscheinlich schon mehr nutzbarer, gehe ich mal davon aus. Sehr flexibel nutzbar, denke ich mal auch und die hier an sich und die kann man dann eigentlich schon so benutzen. Wieder ähnliches Spiel, auch bei Delphoi. Delphoi wieder, ne, klar, erste Fähigkeit, so wie wir es bei den anderen beiden Ladies schon vorher hatten. Genauso bei dem Psychoschock würde ich mir auch wünschen, wieder eine Runde runter und genauso beim Segen der Seelen ist wirklich so, dass man ja häufig, also zumindest wenn ich sie nutze, im Gehen- und Belagerungskampf kann man sie sehr gut nutzen, gerade auch mit Copper zusammen in der Windlied, kann man, hat man häufig den Eindruck, wenn man den Segen der Seelen hat, zumindest geht mir dazu, dass dann die Immo immer, dass du mindestens eine Runde, wenn nicht sogar zwei Runden, ich glaube es sind sogar zwei Runden, die du dann ohne Immo dastehst und das finde ich ein bisschen, ein bisschen sehr lange, also dass das eine Runde mal ist, wo man verwundbar sein kann, okay, ja, aber zwei Runden finde ich schon, äh, finde ich ein bisschen schwierig, also ich würde sagen, hier auf jeden Fall sollte noch mal eine Runde Kodan runter für den Segen der Seelen, ist meine Meinung, ansonsten sind die Fähigkeiten super, die kann man eigentlich so lassen. Ikasha, die Lichtundine, ist tatsächlich auch eins der wahrscheinlich schlechtesten, mit der schlechtesten Monster, zumindest was die Undinen angeht, also wahrscheinlich aus der gesamten Monster Familie würde Ikasha persönlich als schlechtestes Monster dastehen lassen, sie hat die zweite Fähigkeit von Delphoi, wo wir ja gerade schon mal drüber geredet haben mit den Cooldowns, das würde ich hier so ähnlich halten, und dann kommt die dritte Fähigkeit, absolute Verteidigung, die gerade jetzt, wo wir wirklich sehr viele Monster im Spiel haben, die mittlerweile positive Effekte runternehmen können, das war früher mal anders, ja, wir haben mittlerweile sehr viele Monster im Spiel, die positive Effekte runternehmen können, und dann macht diese Fähigkeit einfach viel zu wenig. Zum einen sehen wir hier, dass sie nur bis zu zwei schädliche Effekte vom Verbündeten runternimmt, für eine dritte Fähigkeit finde ich es zu wenig, hier sollte man sofortigen Cleans von allen schädlichen Effekten anstreben, wenn man das überhaupt so beibehalten will, diesen Spell, und dann steht hier, dass das Ziel für drei Runden unbesiegbar gemacht wird. Unbesiegbarkeit ist gerade, es gibt auch mittlerweile sehr viele Monster, die durch Schilde durchpiercen können, weiß ich nicht, ob sowas so toll ist. Ja, dritte Fähigkeit, also ich denke da so gerade aktuell sind die Sniper halt super stark, und absolute Verteidigung ist halt gegen Sniper komplett nutzlos, ja, also verteidigt halt nicht, so wie es der Spell halt mal sagt, sozusagen, und deswegen würde ich mir hier vielleicht noch viel eher wünschen, dass man noch ein bisschen mehr Heilung mit integriert, ist ja ein Rückhaltmonster, das man quasi schädliche Effekte runternimmt, komplett von einem Ziel, weil es ist ja auch nur ein verbündetes Ziel, was man hier quasi trifft, dass man Heilung generiert und meinetwegen diesen Schild, und der Schild ist allerdings gerade gegen Sniper komplett nutzlos, oder gegen so was wie Drachenritter komplett nutzlos, das kann er auch sein, ja, muss ja nicht gegen alle super stark sein, aber hier würde ich mir noch ein bisschen mehr Heilung wünschen, und natürlich Cooldown nicht fünf Runden, sondern dann wieder vier Runden, wobei drei Runden und Verwundbarkeit, vielleicht kann man es über fünf Runden lassen, aber ich glaube, hier sollte man wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr Heilung einbauen, und dass man nicht nur bis zu zwei schädliche Effekte, sondern einfach alle schädlichen Effekte runternimmt. Bei Tilasha könnte man richtig stark machen, indem man die zweite und dritte Fähigkeit wie folgt ändert. Bei der zweiten Fähigkeit, die finde ich an sich ziemlich gut, die hört sich auf dem Papier sehr gut an, allerdings ist die Aktivierungsrate wahrscheinlich hier wieder das Problem. Hier steht, dass alle Gegner angegriffen werden und Angriffsbalken gesenkt werden um 30 Prozent, mit einer Chance von 50 Prozent. Hier würde ich mir eher wünschen, dass man hier quasi zwei Instanzen hat, dass man quasi doppelt angreift, dass der dunkle Rauch einfach zweimal trifft, mit genau diesen gleichbleibenden Werten, oder man erhöht einfach generell die Aktivierungschance, oder man erhöht den Wert von 30 Prozent, dann würde ich das gar nicht so schlecht finden. Zusätzlich heize sie natürlich dann auch noch den niedrigsten Verbündeten mit der HP, was ich auch nicht schlecht finde, für einen Support-Unit, für eine dunkle Support-Unit, aber hier würde ich mir persönlich wünschen, dass dieser dunkle Rauch einfach doppelt trifft und dann das Ganze sozusagen senkt, die Angriffsbalken senkt, das ist tatsächlich sehr stark. Abklingzeiten sind okay, drei Runden, passt würde ich denke ich mal sagen, und dunkle Rückkehr ist was, wo ich sage, ach, das ist momentan noch so, dass es wahrscheinlich momentan schlechter ist, als das, was Jansen macht, der Dark Wikinger, äh, der, 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 heißt der Wikinger, also der dunkle, den Kollegen hier, ich suche ihn euch mal raus, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, das ist der Kollege hier, Jansen, ne, Jansen kennt man aus dem Ballinger Jansen-Team vom Raid, die dritte Fähigkeit ist, belebt alle gefeilten Verbündeten mit wenig HP wieder, ähnlich wie wir das gerade gesehen haben, erhöht sogar das Angriffstempo aller Verbündeten um zwei Runden und erhöht den Angriffspalken der Verbündeten um jeweils 30%, entsprechend der Anzahl der Verbündeten, die wiederbelebt worden sind. Das kann dazu führen, dass die wiederbelebten Verbündeten alle wieder quasi volle Angriffspalken kriegen und, ähm, das finde ich persönlich, könnte ja man bei Ikasha vielleicht, äh, nicht bei Ikasi Ikasha, bei Tilasha, könnte man das ja vielleicht anstreben, dass man sagt, okay, Jansen ist ein Drei-Sterne-Monster, Tilasha ist allerdings ein Vier-Sterne- Monster, äh, vielleicht könnte man hier sogar noch ein bisschen boosten und sagen, belebt nicht einen toten Verbündeten wieder mit wenig HP und gewährt sofort eine Runde, sondern macht alle Verbündeten, belebt alle Verbündeten sofort wieder mit einer Runde, das würde ich schon ziemlich gut finden, also nicht mit einer Runde, sondern belebt alle Verbündeten wieder und gewährt sofort eine Runde allen Verbündeten, das könnte sehr mächtig sein, aber Jansen, also sowas macht der Jansen schon und Jansen gibt sogar noch einen Speed-Buff, also, äh, hier würde ich mir tatsächlich wünschen, dass alle Verbündete wiederbelebt werden, die gerade da sind, ähm, vielleicht hat man auch unten wieder, wieder irgendwas mit einem Heel dabei, ich würde mir persönlich viel mehr wünschen, gerade bei Rückhalt-Monstern, dass einfach mehr Heel dabei ist, ähm, macht übrigens auch für Artefakte dann mehr Sinn und, äh, Abklingzeiten, ne, also fünf Runden Abklingzeiten ist einfach zu hoch aus meiner Sicht, hier würde ich auf vier Runden runtergehen, wieder eine Runde, äh, und dann könnte man dunkle Rückkehr, wahrscheinlich ein echt so lieber Spell sein, äh, der sogar noch besser ist, als Jansen gerade macht. Nächstes Monster, aber was wir auf jeden Fall mal reden müssen, und nächste Monster-Familie sind die Rakshasas, äh, da muss man dazu sagen, dass die gute Hua hier wieder so ein bisschen Revive erlebt, äh, seitdem, äh, Solo R5 wieder vorhanden ist, äh, das heißt, die Hua würde ich hier an der Stelle nicht anfassen, ich würde aber über ihre Schwestern mal ein bisschen reden wollen, und zwar über die gute Su, und wir gucken uns nachher auch nochmal die dunkle ein bisschen genauer an. Su ist ja mehr so ein bisschen, die sind beide sehr ähnlich, ne, Su und auch Ran sind recht ähnlich, was ihre Fähigkeiten angeht, wir gehen die mal ein bisschen durch, erste Fähigkeit, senkt Angriffstempo, und ist Speed Scaling Damage, um es mal kurz zu halten, also je mehr Tempo Su hat, umso mehr Schaden macht sie halt, äh, greift den Gegner dreimal hintereinander an, und absorbiert Angriffspalken mit jedem Schlag und 20%, das bedeutet, sie kriegt selber schneller wieder eine Runde, und fügt zwei Runden lang kontinuierlichen Schaden zu, wenn du einen kritischen Treffer landest. Hier wieder die Bedingung mit dem kritischen Treffer, ein bisschen ähnlich, was wir auch schon bei den Undinen hatten, dann, äh, zarte Peitsche steht hier, greift den Gegner an, erholt 50% des angerichteten Schadens, betäubt den Feind für eine Runde, wenn er unterschiedlichen Effekten leidet, der zugefügte Schaden wird um 50% erhöht, wenn das Ziel immun gegen Betäuben ist. Finde ich ein bisschen schwierig, ich persönlich würde, äh, sagen gar nicht, also ich persönlich denke, Sue ist, 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 ist ein netted Monster, aber wo wird das benutzt, ja, ich finde es erstmal sehr gut, dass sie eine generelle Angriffskraft Lead hat, ich würde mir hier eher wünschen, dass ihr nicht, ähm, zusetzt, also dass wenn ein Monster immun gegen Betäuben ist, reden wir wahrscheinlich meist gegen, wir reden in vielen Fällen natürlich über den PvE-Content, also über Bosse. Gegen Bosse wird der Schaden um 50% erhöht, das Problem ist, das Ding macht an sich nicht so viel Schaden, ich würde mich eher wünschen, gerade gegen Bosse, also wenn man, man kann ja das ja so lassen, aber dass man vielleicht nochmal eine Einfügung macht, okay, wenn es sich um einen Boss handelt, einen Dungeon-Boss, dass man hier dann vielleicht zusätzlich schädliche Effekte wieder verteilt, nämlich die, die man hier auch verteilt, also dass man quasi dann vielleicht nochmal drei Runden oder vielleicht zwei kontinuierliche Schadenseffekte nochmal auf den Gegner bringt, wenn man quasi nicht diesen, diesen zusätzlichen, ähm, Schaden machen kann, weil gerade am Riesen oder am Drachen, äh, sind Dots wahrscheinlich hilfreicher aktuell, als es dieser Bonusschaden ist, gerade in den 12er-Dungeons. Das würde ich mir hier erwünschen, dass man quasi entweder das ja rausnimmt und dieses Dot-Zeug dafür reinnimmt, dass man quasi eher dottet, also dass noch Dots passieren, weil die Rakshasas alle so ein bisschen Dot-Schaden sowieso haben, also macht das ja auch Sinn, vielleicht noch auf Schaden, äh, noch nochmal Dot-Schaden zu haben. Und das Gute ist, äh, sie macht ja selber auch noch, wenn schädliche Effekte dran sind, macht sie ja sowieso, betäubt sie ja sowieso, äh, dann würde ich mir so, dann würde ich mir einfach wünschen, dass vielleicht, äh, gar nicht betäubt wird hier, sondern dass einfach zusätzlicher Schaden passiert, wenn schon, äh, schädliche Effekte drauf sind, äh, das würde ich mir viel eher wünschen bei Sue, dass eben wir hier mehr, sozusagen die Sue mit schädlichen Effekten umgehen kann und mehr Schaden macht, wenn schädliche Effekte drauf sind. So würde ich mir das wünschen. Äh, die anderen beiden sind wieder aus meiner Sicht in Ordnung, äh, Yen ist wieder so ein eingebauter Violin-Proc, die hat ja so schon ihre, sag ich mal, die kann man ja schon nutzen in unterschiedlichen, ähm, Szenarien. Peng kann mit ihrem Passiv einfach, äh, Effekte verlängern, finde ich auch, ist sehr interessant, kann man nutzen. Jetzt würde ich aber eher über Ran nochmal reden wollen, weil die ein bisschen ähnlich zu Sue ist, hat auch die gleiche Angerkskraftlied, ähm, wieder ähnlich als Spiel in der ersten Fähigkeit, ähnlich als Spiel auch in der zweiten Fähigkeit und beim dritten Mal ist auch wieder sehr ähnlich zu Sue. Das Ding heißt die Teufelspeitsche und nicht zarte Peitsche, sondern hier steht, greift einen Feind viermal an, reduziert dabei den Angerksbalken pro Angriff mit einer 75-prozentigen Chance. Hier steht reduziert, ne, nicht absorbiert, reduziert, äh, und dann garantierte Betäubung des Feindes für eine Runde, wenn sich dessen Angerksbalken komplett leert. Okay, also mit diesem Vierfachhit kann das auch passieren, was ich hier ein bisschen schade finde, also ich würde hier von einer, wenn ich sowas habe, so eine Reduzierung, äh, würde ich hier auch sehr gerne noch ein bisschen absorb sehen, also dass sie auch einen Teil davon absorbiert, dass sie einfach wieder eine Runde generiert, so ähnlich wie, äh, wir das ja auch schon hier bei der zweiten Fähigkeit bei beiden haben, ja, entweder sowas, und dann würde ich mich hier gerade bei Ran noch wünschen, was passiert denn, wenn der Gegner, wenn der Gegner immun gegen Betäuben ist, so ein bisschen wieder so eine Ausweichbedingung, wie man sie hier schon hat, äh, dass man hier vielleicht auch eine Ausweichbedingung noch definiert, dass man sagt, okay, was ist denn eigentlich, wenn der Gegner, wenn der Gegner immun gegen Betäuben ist, beispielsweise wenn es ein Boss ist, ähm, da würde ich mir, ich würde mir generell auch so zwei, zwei Stränge würde ich mir wünschen, dass man sagt, wenn der Gegner immun ist, aber ein Boss ist, äh, dann gibt's einen Effekt X, und wenn der Gegner immun ist, aber kein Boss ist, weil sie halt im PvP-Content benutzt wird, dann gibt's halt Effekt Y, ja, also dass man meinetwegen, so wie wir es hier bei Sue schon hatten, dass man halt sagt, dann okay, der Gegner ist immun gegen Betäuben, dann gibt's halt mehr Schaden, 50% mehr Schaden, aber wenn der Gegner immun gegen Betäuben ist, allerdings handelt es sich dabei um einen Boss, dass man dann wieder irgendwas anderes macht, meinetwegen Dot Damage oder andere Sachen, also da, finde ich, sollte man das ein bisschen aufsplitten, weil es mittlerweile doch schon Unterschiede gibt, gerade in den 12er Dungeons, dass die, dass die gerade die Bosse einfach viel mehr Max-HP haben, und dass dann so weit wie 50% mehr Schaden einfach kaum merkbar ist, und deswegen würde ich ja sagen, so weit, vielleicht macht man auch mal so einen partiellen Defense Ignore mit rein, wäre mal so eine Idee, man muss ja kein 100% Defense Ignore sein, aber so ein partieller, also mit 100%, ne, dass nicht 100% des Schadens die Defense Ignore ignoriert, die man macht, sondern dass man halt einen Teil seiner Schadens, das vielleicht, keine Ahnung, 50% der Schadens, die man macht, ist Defignore Damage, so weit in der Richtung, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, könnte ich mir dann auch sehr gut vorstellen, mit Artefakten vielleicht auch, nur mal so ein paar Ideen, die man hier so spinnen kann, rund um Ran und rund um Sue. Die nächste Monsterfamilie, die wir uns angucken müssen, sind aus meiner Sicht die Todesritter, Todesritter wurden ja schon ein bisschen angefasst, aber meistens an den falschen Stellen, muss ich ehrlich sagen, wir haben ja schon sowas wie einen zerschmetternden, garantierten zerschmetternden Treffer, sodass hier quasi dieser Healblock öfter passiert, okay, allerdings, über was wir noch mehr reden müssen, sind eher so die zweiten und dritten Fähigkeiten, gar nicht bei Arnold persönlich, finde ich glaube sogar, dass Arnold eigentlich okay ist, den kann man so spielen, das ist halt ein guter Molong-Counter, das kann man so machen, glaube ich, den muss man jetzt nicht unbedingt verändern, meine Meinung, ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie gesagt, Fedora ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht nicht so schlecht, nur hart übersehen von vielen Leuten, also man kann ihn beispielsweise auch einen Gehirn- und Belagungskampf nutzen, ist halt kein klassischer PvE-Monster, aber nicht jeder Monster muss ja auch im PvE-Bereich spielbar sein. Ich habe so ein bisschen meine Probleme mit Bryant, tatsächlich, Bryant ist an sich eigentlich okay, aber das Problem ist momentan, dass Reviver, also Monster, die quasi wiederbeleben können, aktuell nicht so toll sind, also die sind einfach nicht toll genug und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dann teilweise diese Revive-Fähigkeiten ziemlich hohe Codons haben und da würde ich mir persönlich wünschen, dass Bryant hier wieder von seinen fünf Runden Codons ein bisschen runter geht auf vier Runden oder irgendeine Interaktion hat, so ein bisschen wie Jansen, dass sein Codon runter geht und dass man sehr viel Codon einsparen kann, je mehr Verbündete man wiederbelebt, so nach dem Motto, weil dann werden so eine Verbündete, wenn wir so eine Wiederbeleber nämlich zu echten Problemen, Monstern und mit dem man erstmal umgehen muss. Hier steht dann noch weiterhin, belebt einen toten Verbündeten wieder und gleich die HP aus, aller Verbündeten, zusätzlich wird die HP aller Verbündeten für eine Runde um 15% wiederhergestellt, das ist quasi einfach nur der Buff, den man dann kriegt zum Heilen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man hier gar nicht noch eine Runde verschwendet mit Heilung, sondern dass die Heilung gleich instant kommt, wie wieder ein bisschen ähnlich zu dem, was wir auch glaube ich bei, war das bei Ikasha, also bei einer der Undinen hatten, ich weiß schon gar nicht mehr welche, ich glaube das war die rote, die rote Undine, da war glaube ich ziemlich ähnlich, so ein HP Ausgleich und Heilung, sowas würde ich mir hier auch bei dem Revive wünschen, weil das ist eine dritte Fähigkeit, bei der Undine war es eine zweite Fähigkeit, hier würde ich mir noch einen zusätzlichen Heal wünschen und kein Heal Buff, ich glaube das ist ja hier der Heal Buff, der hier besprochen wird, da würde ich mir einfach noch einen zusätzlichen Heal wünschen. Dann müssen wir auch über Konrad einmal reden, Konrad wurde auch schon angefasst, bin ich der Meinung und hier wurde die dritte Fähigkeit vor längerer Zeit mal verändert, hier müssen wir mal darüber reden, gar nicht so groß um die Fähigkeiten persönlich, muss ich sagen, sondern wir müssen eher darüber reden, über das Angriffsverhältnis, also den Typ, den wir hier haben, Monstertypen und das Monster, was hier eigentlich steht, hier steht quasi ein Monster, was das HP Verhältnis vom Ziel, ausgenommen Bosse, vertauscht, ja, so ein bisschen ähnlich wie Harmonia und erstellt für alle Verbündeten einen Schild, der proportional zu deinem Level ist für zwei Runden. Wir haben mal nachgeguckt, das Schild hat dann eine Größe von 7200 HP, also den Wert kann dann quasi alle Verbündeten sozusagen aushalten, je nachdem, ich weiß gar nicht, ob diese 7200 sogar auch schon mit den Skillups dabei sind, aber ich glaube schon, je nachdem wie weit, ja, also man kann hier schon mit dem Schild eine Menge aushalten. Das ist glaube ich gar nicht so schlecht, die Fähigkeit an sich, wir gehen auf vier Runden wieder runter, ist glaube ich noch in Ordnung. Was mir allerdings ein bisschen komisch vorkommt, ist so, du machst hier bei der zweiten Fähigkeit, fügst du proportional zu deiner HP allen Feinden Schaden zu und schwächst die Rangskraft und ihren mit einer Chance von so und so viel. Du bist also eigentlich generell von deinem, von deinem Kit her, bist so ein Monster, zumindest bei der Fähigkeit hier, wieder ein Monster, was HP-basierenden Schaden macht. Warum ist es dann ein Angriffsmonster? Ich persönlich würde es auch wieder als HP-Monster sehen, so wie alle anderen, so wie alle anderen ja auch schon sind. Arnold ist ein HP-Monster, wie Fedora ist ein Rückhalt, okay, Bryant ist ein HP-Monster. Warum ist dann Conrad, der quasi identische Fähigkeit wie Bryant und auch wie Arnold hat, warum ist der auf einmal ein Angriffsmonster? Verstehe ich nicht. Und diese Kategorisierung mit dem Angriffsmonster hat ja meistens auch immer den Hintergrund, dass man dann auch die Base-Stats ändern muss. Also wenn man sich die Base-Stats hier auf sechs Sterne am Max anguckt, dann sieht man hier als HP-Monster finde ich das schon schade, dass hier nur 9700 HP stehen und irgendwie 769 Attack. Und diesmal ist hier nicht irgendwas, so wie wir das bei Jamie, der Kitsune hatten, dass er irgendetwas noch hochskalieren kann mit Skills. Das passiert hier nicht, sondern hier würde ich mir eher wünschen, wirklich auch, dass wir hier entweder einen Rückhalt oder einen HP-Monster draus machen und dann mehr HP, mehr Defense und weniger Attack, weil wofür braucht der Mann Attack? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich glaube, die erste Fähigkeit ist das einzige, was hier vielleicht mit Attack skalieren kann. Niemand baut ihn wahrscheinlich auf Attack, außer der Kollege hier mit 100 Crit-Rate. Ja, deswegen das wäre meine Änderung für Konrad, möglichst auf einen HP-Type umstellen und dann ja von HP und Defense die Stats erhöhen. Und bei dir ist bei dem letzten Todesritter ein bisschen weniger zu meckern, aber ein bisschen meckern muss ich hier trotzdem. Auch wieder dasselbe Spielchen mit dem Abwehr. Warum? Wir gucken uns hier wieder an. Diaz sein Passiv ist ziemlich nice, finde ich persönlich, verringert die Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu erhalten um 50 Prozent. Das überlesen immer sehr viele und verringert den Schaden, den andere Verbündete erhalten um 15 Prozent. Das weiß meistens jeder, der Raid gespielt hat. Das ist schon mal ein Passiv halt nur, der jetzt nicht viel macht für ihn persönlich. Was hier noch ist wieder, hier steht wieder, dass dieser Angriff fügt mehr Schaden entsprechend deiner Max-HP zu. Wieder ähnliches Spiel zu dem, was wir vorher hatten, auch schon bei Konrad. Warum ist es dann ein Abwehrmonster? Ich habe manchmal den Eindruck, hier wurde einfach nur gewürfelt, was man jetzt hier macht. Ich würde ihn auch wieder als HP-Monster hinstellen. Die ganze, persönlich finde ich, die ganze Todesritterfamilie sollten eigentlich fast ausschließlich HP-Monster sein. Auch hier wieder. Wenn du dir die Max-Max-Sets anguckst, hier 9.885. Warum hat der keine 10? 10.000 HP? Warum hat der auch 600 Attack? Der kann ja eigentlich 500 Attack haben, weil Attack spielt für ihn sowieso keine Rolle. Und mehr HP, mehr Base-HP, dass man ihn einfach schön tanky bauen kann. Todesritter sollten super tanky sein. Und ja, Abwehr ist eine Kleinigkeit, aber die würde ich auch auf HP ändern. Die nächste Monsterfamilie, die wir uns unbedingt angucken müssen, ist auch schon sehr lange im Spiel. Und die ist auch so ein bisschen übersehen. Sag mal, gerade die Licht-und-Darkness-Version von Seagate und Tausi sind ziemlich nice. Jun kann auch ziemlich nice sein. Der setzt sogar sein eigenes Setup. Aber die sind meistens sehr stark übersehen. Hier gibt es zwei Gründe. Ein Grund ist, dass zum einen diese Samurais alle übelst viele Skill-Ups brauchen. Also man muss quasi noch, man muss entweder mehr Samurais fusionieren. Man kann ja quasi den guten Cass fusionieren mittlerweile und sie dann in Samurais finden. Aber ich persönlich finde, wir sollten mal über die Skill-Up-Situation reden, dass die mal ein bisschen nach unten geht. Da sollten mindestens drei bis vier Skill-Ups weniger sein, wenn nicht sogar noch mehr. Das Ganze könnte man tatsächlich lösen, indem man vielleicht sich diese Skill-Ups hier von der vierten Fähigkeit einfach schenkt und die vierte Fähigkeit generell zu einem Passiv macht von den Samurais. Und das in folgender Form. Wir gucken uns mal vor allem die dritte Fähigkeit an und das gilt jetzt, also jetzt diese Änderung geht jetzt vor allem für Licht, Dunkel und Feuer. Feuer, wir machen es mal ein Beispiel von Feuer. Feuer hat, läuft so ab, dass quasi der eine Fähigkeit hat, die zweimal auslöst. Einmal werden alle Gegner getroffen, versucht der Defense Break zu landen. Man kann hier einen eigenen Defense Break landen. Leider nur mit 40 bzw. bis zu 60%iger Chance. Die dürfte auch ruhig höher sein. Hier würde ich wahrscheinlich eher bis zu 80% mir wünschen, wenn man schon sein eigenes Setup legt, weil ein Damage-Dealer hat meistens keine ACC und da ist dann schon schön, wenn nicht auch noch die Aktivierungsgrade auch noch zusätzlich blockiert. Also würde ich hier quasi die erste Fähigkeit macht, also sozusagen, also kann den Defense Break landen, dass quasi dann mit der zweiten Runde, wo nochmal Schaden kommt, Damage ausgeführt wird. Hier würde ich mir wünschen, dass gerade bei der zweiten Abfrage, also erste Abfrage würde ich mir so wünschen, die Änderung, dass die erste Abfrage die Defense Break Abfrage ist und die zweite Abfrage wäre dann zusätzlicher Schaden und zusätzlicher Schaden würde dann in Form vom Schwert des höchsten Himmelswolves passieren. Also das, was hier quasi steht, greift alle Gegner an bei einer geheimen Technik, die großen Schaden macht und vorteilhafte Effekte ignoriert, dass die dann quasi direkt hier in der zweiten Instanz ausgelöst wird. Sofort. Und das quasi dann immer mit jedem Spell, der diese Aktivierung hat. Also das heißt, hier wird dann quasi der Passiv aktiviert. Sofort. Also dann wäre das hier der Passiv. So in meinem Wunschdenken wäre das dann halt ein Passiv und keine einzelne Fähigkeit, die ich nochmal extra aktivieren muss. Weil häufig ist es dann so, habe ich mir sagen lassen, gerade von den Leuten, die regelmäßig Tauzi und auch Junen und auch Shige beziehungsweise Junen nutzen, ist, Grüße gehen nochmal raus an Shinsal, ist, dass der Schaden meistens von der dritten Fähigkeit, also hier in dem Fall Lichtslash oder eben der Dunkelslash, dass meistens der Schaden schon krass genug ist, dass quasi die vierte Fähigkeit sowieso gar nicht benutzt wird. Was sehr schade ist, weil die eigentlich sehr gute eingebaute Fähigkeiten nämlich drin hat, dass für mich vorteilhafte Effekte ignoriert werden. Und damit wäre Shige wahrscheinlich auch ein ziemlich geiles Monster gegen so weit wie, ich denke da so an Halfars oder so. Damit wäre nicht ziemlich geil, aber die kommen halt nie dahin, dass sie so weit wie Halfars besiegen können wahrscheinlich, weil, naja, man einfach schon viel zu viel Schaden gedrückt hat in der Zeit. Und deswegen würde ich mir eher wünschen, dass sie vielleicht zu einer Passiv wird. Damit hätte man vielleicht die Skill-Up-Situation gelöst und würde sich diese drei Skill-Ups hier einfach schenken und vielleicht direkt drauf rechnen auf den Schaden, der hier schon ist. Und dann hier vielleicht in einem zweiten, also die erste Instanz von dem Damage versucht, die Setup zu setzen. Oder eben die anderen Monster haben ja dann quasi andere, ja, Interaktionen, dass dann in der zweiten Runde direkt diese vierte Fähigkeit ausgelöst wird. Das würde dann auch wahrscheinlich mit den anderen Spales gar nicht so schlecht funktionieren, weil hier zum Beispiel ist dieser Doppel-Slash, wo dann auch die erste Fähigkeit wieder irgendeinen anderen Dema verteilt und die zweite haut dann direkt alle Gegner. Ja, also dass auch die zweite Fähigkeit ein AOE, also zu einem teilweise AOE wird, würde ich auch ziemlich feiern. Und die erste Fähigkeit könnte man ja fast auch schon so machen, beziehungsweise hier könnte man, hier würde ich das wahrscheinlich dann eher rausnehmen, weil für eine erste Fähigkeit ist das wahrscheinlich zu OP, dass man hier direkt einen Defense Break auf einen Gegner machen kann und mit der zweiten Fähigkeit direkt wieder alle Gegner trifft. Weiß ich nicht, müsste man testen, aber ich glaube, das wäre eigentlich ganz geil, zumindest für Jun, für Tosi und für Shige. Nun haben wir allerdings bei Cass und bei Kaito den Fall, dass die ja mit der dritten Fähigkeit nur einen Gegner angreifen und nicht alle. Und hier würde ich einfach sagen, macht es euch einfach, kommt du es, macht es genauso wie bei den anderen dreien, sorgt dafür, dass die, die hier sozusagen auch zu AOE Damage dealern werden und guckt halt eher, dass gerade die erste, dass der erste Teil von diesem Angriff wieder was besonderes wird. Also hier steht ja dann irgendwie drauf, dass der Angriffsbalken der Gegner um 50% reduziert wird. Das würde ich fast schon so lassen, aber dann halt auf allen Gegnern. Dass wir quasi AOE Attack Bar Reduktion haben mit zusätzlichem Schaden. Das hat man glaube ich auch nicht so oft im Spiel. Also dass hier so ein Flat Damage passiert. Wir haben natürlich viele Monster, wie beispielsweise Kanal, die das in mehreren Instanzen machen, aber so in der Form mit den Samurais haben wir das glaube ich noch nicht. Und dann würde ich mir hier bei dem Kaito wahrscheinlich wünschen, dass das auch wieder so ähnlich passiert wie der AOE Schaden. Erste Instanz und zweite Instanz wäre dann, also dass wieder zweimal angegriffen wird, wäre dann nicht, was hier steht, dass die Abklingzeiten seiner Skates wieder verfügbar werden, sondern hier würde ich mir eher wünschen, dass vielleicht ja die Abklingzeit der Verbündeten um eine Runde reduziert wird. Das reicht ja auch schon aus. Das haben wir auch nicht so häufig, dass Damage Dealer Abklingzeiten reduzieren. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das war einfach, der macht einmal Schaden über das gesamte Gegnerteam und in der zweiten Runde macht er auch Schaden, aber gleichzeitig werden die Abklingzeiten des Verbündeten Teams reduziert. Warum nicht? Also das haben wir halt nicht so häufig. Wäre mal so eine Idee von meiner Seite, um quasi einfach in der Logik von Kaito zu bleiben, ändert man nicht allzu viel. Und hier natürlich auch wieder die zweite Instanz sollte natürlich wieder die Schwert des höchsten Himmelswolfs quasi passiv aktivieren. So wäre die Idee für die Samurais von meiner Seite. Wenn ihr dazu andere Ideen habt, schmeißt sie gerne raus. Aber ich glaube, die Samurais sollten echt angepasst werden, weil sonst, also ich glaube, niemand benutzt aktuell Kaito, Kars sowieso nicht. Jetzt sind so die beiden, die man wahrscheinlich gar nicht sieht. Und maximal werden Tozi aus Shige und Jun wahrscheinlich benutzt, weil die halt ziemlich gute AOE-Fähigkeiten haben. Aber die brauchen halt ein gewisses Setup. Eine Monsterfamilie, die wir uns angucken müssen, aus meiner Sicht, sind auch die Kung-Fu Girls. Ja, ein bisschen ähnlich wie Samurais. Zumindest vom Style her. Samurais, Kung-Fu Girls, so diesen Martial-Art-Style ist anscheinend, was schon sehr lange am Spiel ist und was auf jeden Fall noch ein bisschen überarbeitet werden muss, aus meiner Sicht. Bei den Kung-Fu Girls ist es so, würde ich sagen, dass wir hier zwei Kung-Fu Girls haben, die man gar nicht so angefassen muss. Das ist Ling Ling und auch Fei. Ling Ling ist im PvE-Content tatsächlich nutzbar, teilweise im Eisernen Dungeon. Ist sie wahrscheinlich mit der beste Monster, wenn es darum geht, Buff-Block zu verteilen. Dieser kann sie sehr solide und die zweite Fähigkeit kann vor allem auch vorteilhafte Effekte entfernen und darauf werden wir gleich nochmal hinarbeiten. Wohingegen Faye auch die gleiche Fähigkeit auf zwei hat, aber dann hier natürlich viele Leute werden es kennen. Sie kann hier Defense ignoren, so ein bisschen wie Lucien, allerdings mehr zufälliger als Lucien, obwohl sie eine D-Net-Force ist. Finde ich ein bisschen komisch, dass sie quasi viel unkonsistenter Defense ignorieren kann als das Lucien ist. Hier steht nämlich auch, jeder Angriff bringt eine Chance von 25% die Verteidigung des Ziels zu ignorieren. Also das heißt nicht nur, dass wir vier zufällige Angriffe haben, wobei es sind glaube ich nur drei. Der erste, den kannst du noch gezielt auf ein Monster schicken, die anderen drei sind dann random, sondern dann ist auch noch random oder eine Chance von 25%, dass dann überhaupt Defense Ignore stattfindet. Also das kann, man muss dazu sagen, das kann richtig böllern, wenn die 25% mal hitten, dann bist du auch sehr schnell down, also dann kann man auch sehr viel, sehr viel Damage erwarten. Allerdings ist das halt super random und ja, das weiß ich nicht, ob man das so unbedingt haben will. Das kann gut sein, aber es ist halt, es ist halt wie Würfeln, ne? Also das finde ich für ein D-Net-Force ein bisschen wenig. Aber gut, Lucien ist halt viel garantierter und Lucien macht sowieso die Barriere, dadurch, dass Lucien im Spiel ist, ist die Barriere für so eine Monster eigentlich ziemlich hoch. Aber gut, Lucien müsste aus meiner Sicht, naja, sowieso ein Net-Five sein. Aber gut, wir gehen mal weiter hier in die anderen drei Kung-Fu-Girls, Honghua, Chaolin und Liu Mei. Aus meiner Sicht müssten gerade auch Honghua, wenn wir uns mal die dritte Fähigkeit angucken, die sorgt dafür, wie da diese zufällige Element drin ist, haben wir schon. Und dann können wir hier nicht Defense ignorieren oder sowas, sondern hier können schädliche Effekte verlängert werden mit einer Chance von 50%. Die Chance würde ich auf 100 hochsetzen, weil schädliche Effekte verlängern ist überhaupt nicht stark, aus meiner Sicht, ja. Und dadurch, dass dieser Randomness-Faktor vorneweg schon drin ist, würde ich hier nicht noch zusätzlich noch mehr Randomness reinbringen. Mein erster Hinweis dahingehend und der zweite Hinweis ist, hier steht ja dann, dass man mit einem Gegenangriff attackieren kann. Der Gegenangriff ist die erste Fähigkeit, wo man wieder eine Wahrscheinlichkeit hat, also ihr seht schon, hier sind sehr viele Wahrscheinlichkeiten drin, wo man wieder eine Wahrscheinlichkeit hat, den Drehkick auszulösen. Also ich persönlich würde das eher so machen, dass wenn dieser Skill hier auf Abklingzeit ist, dass man sofort den Drehkick auslösen kann, also dass der dann sozusagen auch mit ausgelöst werden darf, beziehungsweise, gut, man kann das auch dann mit dem Energieball so machen, aber dann würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass der Drehkick ausgelöst wird, höher setzen. Und hier steht da, glaube ich, eine 30%ige Aktivierungschance. Ich würde die Aktivierungschance hier über die Skillups noch lösen und würde gar keinen zusätzlichen Charme mehr machen, sondern würde sagen, vielleicht kann man die sogar noch auf 50% erhöhen. Und dann würde ich den Drehkick allerdings so verändern, dass, hier steht ja dann wieder, dass der Angriffsbalken verringert werden kann mit dem Drehkick und wenn der Angriffsbalken auf 0 sinkt, betäubt man. Was passiert denn jetzt aber, wenn, also Honghua ist komplett nutzlos, wenn der Gegner komplett auf Immu ist, ja. Wenn der Gegner komplette Immunität hat, dann kannst du keine Effekte verlängern und du kannst auch keinen betäuben, weil wie, wenn der Gegner Immunität trägt. Deswegen würde ich hier gerade beim Drehkick vielleicht noch mit anfassen, dass man sagt, dass das ein bisschen ähnlich ist wie der schattenlose Kick, dass man hier anfängt, vorteilhafte Effekte mit zu, äh, runterzunehmen. Dass man sagt, okay, wenn der Gegner nicht betäubbar ist, dass man stattdessen vorteilhafte Effekte runternimmt. Dann hätte man wenigstens irgendwas gemacht mit Honghua und würde nicht einfach nur so dastehen und naja, äh, steht dann halt so da, ne. Und dasselbe Spielchen würde ich dann genauso bei Shaolin machen. Ähm, hier ist es auch wieder sehr sinnvoll, genauso auch wie bei, äh, Leo Mei. Leo Mei sogar noch sinnvoller. Hier steht nämlich, dass noch Angriffsbalken absorbiert werden kann. Du kannst aber keinen Angriffsbalken absorbieren, wenn der Gegner, ähm, ähm, Immunität trägt, ja. Deswegen, äh, würde ich hier auch den, äh, den Drehkick wenigstens noch, sollte das betäuben nicht möglich sein, wegen Immu oder sonstigen anderen Umständen, äh, beispielsweise, weil es ein Boss ist, dann würde ich wenigstens vorteilhafte Effekte entfernen, äh, mit dem Drehkick. Das wäre so meine Sache, die ich hier noch machen würde. Ansonsten, Shaolin kann schon eine Menge Schaden drücken an sich, das finde ich nicht so bad. Der Schaden steigt um 15 Prozent mit jedem schädlichen Effekt. Also, das ist wahrscheinlich auch immer noch ganz gut, äh, für Raid. Weiß gar nicht, ob man die im Solo-Raid spielen kann sogar, ähm, mittlerweile. Wahrscheinlich können einige Monster durch den Solo-Raid wieder mehr spielbar werden jetzt. Ähm, führt vier Angriffe zufällig durch und hier, ja, ich glaube, früher hat man, hat man Liu Mei, konnte man auch durchaus im Raid spielen. Wenn man zwei Teams gelaufen hat, eins mit, äh, Shaolin und eins mit Liu Mei. Aber hier würde ich mir vor allem für Hong-Hua wünschen, dass hier noch ein bisschen mehr, ähm, ja, Fähigkeiten drin sind, die vielleicht, äh, vorteilhafte Effekte runternehmen. Und dann müssen wir auch nochmal über ein Thema reden bei allen Kung-Fu-Girls, und zwar das sind die Leader-Spells. Äh, Hong-Hua hat 33 Prozent, äh, Leader-Spell in der Arena und sind wir mal ehrlich, niemand nutzt Hong-Hua in der Arena. Ja, man kann sie selber wahrscheinlich als Leader dann spielen, weil sie halt diese Lead hat, aber ich würde ja auch den Leader-Spell verändern. Äh, wohin? Das ist eine sehr gute Frage, weil mit dem Skid, wo sie jetzt, wie sie, den sie jetzt aktuell hat, ist es sehr schwierig, sie überhaupt zu benutzen. Vielleicht kann dieser Attack Leader-Spell ja mit den Änderungen, die gerade schon mal angedeutet hatte, ja auch wieder sinnvoll sein, aber aktuell ist sie das eben nicht. Genauso Shaolin in der Defense, Arena-Defense, stellt man keine Shaolin, ja, Shaolin stellt man einfach nicht dort rein. Ähm, erhöht die Verteidigung, vermindete Monster in der Arena passiert quasi nie. Hier würde ich mir wahrscheinlich eher einen Overall-Defense-Lead wünschen oder vielleicht, ja, also man nutzt sie wahrscheinlich eh nur im PvE-Content. Vielleicht auch eher sowas, ja, vielleicht nur in Dungeons oder generell auch für Rift-Beaster. Für Rift-Beaster haben wir, glaube ich, auch gar keine richtigen Leader-Spells. Warum gibt's sowas nicht? Das ist halt eher dann so für Rift-Beaster meinetwegen ein Defense-Lead. Ähnliches Spiel auch hier, die ACC-Lead würde ich auch hier komplett rausnehmen an der Stelle, würde hier eher auf eine HP-Lead oder so weit gehen. Äh, und dann auch nicht in der Arena, sondern wieder auch in Dungeons wahrscheinlich am ehesten. Selbe Spiel hier auch für Dungeons, würde ich hier, oder manchmal nach, hat eine Overall-Krit-Rate-Lead. Ähm, und die einzige, die hier in der Arena nutzbar ist, ist wahrscheinlich Fae. Ja, Fae, das kann man wahrscheinlich lassen, aber die anderen Leader-Spells würde ich alle anfassen und gucken, dass man sie in Richtung Rift-Beaster oder Dungeons schiebt. Der eine oder andere, vielleicht auch Hong-Huan mittlerweile mit den anderen Änderungen auch für eine Arena nutzbar, wie gesagt. Äh, aber die anderen drei vielleicht eher so in dem PvE-Content. Die nächste Monster haben wir, die wir uns mal anschauen müssen, sind aus meiner Sicht die Piraten-Kapitäne. Da sind zwei davon, würde ich sagen, die sind okay, ne, Galleon und auch Frigates kann man wahrscheinlich immer noch benutzen aktuell. Karacke und, ähm, hier Bark, muss schon mal die Namen nachlesen, und Brick sind äh, äh, Monster, äh, äh, sind Monster, die man, oder sind vor allem auch äh, Charaktere, die man momentan weniger sieht. Äh, äh, Karacke ist allerdings mittlerweile immer noch, äh, also ich glaub die dritte Fähigkeit ist ziemlich okay, die kann man, die kann man nutzen aktuell, die kann ja mittlerweile Bombeneffekte detonieren lassen und auch andere äh, äh, Bomben, wenn, wenn eine gezündet worden ist, dann sozusagen um eine Runde nach unten sinken lassen. Das finde ich durchaus in Ordnung, ja, kann man machen. Was ich mir wünschen würde, ist, wenn die dritte Fähigkeit dann die zweite Fähigkeit schon Bombardement heißt, ja, dass man entweder aufhört, so viele zufällige Elemente hier reinzupacken, nämlich hier steht, beordert das Schiff zu einem Bombardement von drei Runden, um jeweils zufällig, äh, Ziele angreifen zu können. Jeder Treffer hat eine Chance von 75 Prozent, den Gegner für eine Runde zu betäuben. Ähm, also sind der wahrscheinlich dann drei Treffer, wenn ich das richtig lese, ähm, weiß gar nicht, ob das über drei Runden wirklich passiert, also wenn das wirklich über drei Runden passiert, dann fängt das ziemlich schlecht, aber ich tippe mal, dass das hier einfach nur komisch formuliert ist und dass er, ähm, drei Hits trifft. Also generell, egal wie das jetzt hier formuliert ist, würde ich hier mir wünschen, dass das vielleicht ein Dreier-Hit ist, dass man maximal drei Leute treffen kann, äh, was dazu führt, dass man, wenn man gegen ein Vierer- oder Fünfer-Team spielt, dass man einen auf jeden Fall auslässt, dass man vielleicht mal zielen kann auf nur drei Ziele oder vielleicht auch nur auf zwei Ziele, die dann aber, äh, nicht zufällig sind, sondern du kannst sie anvisieren und dann eine 75-prozentige Chance zu betäuben haben. So würde ich das machen. Oder, das Ding heißt, diese Fähigkeit heißt ja Bombardement, dass man vielleicht Bomben legen kann mit der zweiten Fähigkeit, ähnlich wie die Bombe, ja, und da muss man halt gucken, dass man vielleicht wieder nur auf zwei oder drei Ziele machen kann. Oder vielleicht ist es dann auch nur drei Ziele und die sind dann zufällig, weiß ich nicht, äh, sowas in der Richtung, weil das dann auch eine Interaktion mit dem Detonationsschuss hat. Das würde vielleicht, wäre ja vielleicht Sinn, äh, um das dann sozusagen zu machen. Also man könnte ja hier sogar, äh, glaube ich auch, ach hier, man kann sogar noch eine weitere Runde hier gewinnen, sehe ich. Also ich glaube, die dritte Fähigkeit, die ist sogar in Ordnung. Die hat 108 Base-Speed, ist auch nicht so schlecht, ähm, und Gen-Lead muss man dann sehen, ob das mit der Änderung der zweiten Fähigkeit denn noch Sinn macht. Aber ich glaube, die ist jetzt nicht, an sich nicht so schlecht, wenn es hier generell auch in Bomben gehen würde bei Karacke. Ist ja so eine Attack-Lead, gar nicht so bad. Äh, und würde wahrscheinlich auch, wenn wir, wenn wir das so ändern, wie ich es gerade gesagt habe, dass man einfach mit weniger, dass man quasi weniger Ziele, nicht, nicht alle angreift, sondern halt bis zu zwei Ziele gleichzeitig angreifen kann, oder vielleicht drei, äh, dann würde ja das vor allem auch vielleicht im Gen-Lead-Kampf wieder mehr Sinn machen. Und dann würde eine Gen-Lead durchaus auch sinnvoll sein. Galleon aus meiner Sicht ist völlig fein, den können wir so lassen. Äh, Bark, ha, Bark ist auch ein richtiges Meme, Alter. Ne, da hat sich, wie ist, wie ist, wie ist, wie ist wohl die Charakter, das Charakter-Design bei Bark gelaufen? Äh, erste Fähigkeit, Defense-Break mit bis zu hundertprozentiger Aktivierungsrate, okay. Piraten-Attacke ist ja dasselbe, was auch Galleon kann, wo man langen Spiken reduzieren kann. Und jetzt, äh, haben sich die Entwickler gedacht, was könnte man noch fancy für die dritte Attacke machen? Wir kombinieren einfach Attacke zwei und drei, äh, eins und zwei. Klasse, super Idee. Finde ich total scheiße. Also, ich persönlich finde, wenn es, wenn es eine dritte Attacke sein muss, dann sollte sie nicht die Kombination aus erster und zweiter sein, sondern sollte, kann ja, die kann ja eine Kombination aus erster und zweiter sein, aber sollte dann noch deutlich geupgradet sein, ja. Also, dass man basically dann mehr Angriffsbalken reduziert und wenn man vielleicht den Angriffsbalken reduziert, vielleicht sogar auf null reduziert, dass dann vielleicht noch irgendwas zusätzlich passiert. Mehr Damage beispielsweise, weil ich glaube, diese, äh, dieser Kollege ist ja auch ein Angriffsmonster, dass man beispielsweise sagt, okay, wenn wir vielleicht, ähm, den Angriffsbalken unter 50% gesenkt haben, dass dann noch Bonus-Damage passiert oder dass wir teilweise Defense ignorieren oder irgendwie sowas, dass Bark halt wirklich ein Problem für den Gegner darstellt und nix, und nicht, 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 was er jetzt ist momentan. Ähm, weiß auch nicht, wie jetzt aktuell seine, seine Base-Sets aktuell sind, wir schauen mal kurz, haben wir hier jemanden, der, ja, genau. Also, die Angriffswerte sind wahrscheinlich auch ein bisschen dünn für einen Angriffsmonster, 769, würde ich mir auch ein bisschen mehr noch wünschen, wobei, das gibt schon, es gibt schlechtere Monster, muss man dazu sagen, ja. Äh, aber man hat hier so grundlegend bei Bark ja auch das Problem, dass, wenn das eine Kombination, wenn die dritte Fähigkeit eine Kombination aus Erster und Zweiter sein muss, dann haben wir immer das Problem, dass wir mit der ersten Fähigkeit ja erstmal Defense-Breaken müssen. Also, das heißt, dafür braucht man ACC und diese Stats muss man ja auch irgendwie generieren, man sieht's ja hier auf dem Boy, der hat ja auch versucht, hier ein bisschen ACC zu bauen. Das heißt, wir wollen ja wahrscheinlich dann Crit-Draht, Crit-Damage, Attack, äh, vielleicht auch noch Speed haben und dann noch ACC, was man mittlerweile zwar über die Artefakte auch lösen kann, aber hier würde ich mir einfach mehr Base-Attack noch wünschen, auf Bark und natürlich die dritte Fähigkeit muss deutlich besser sein, als einfach nur eine Kombination aus Erster und Zweiter zu sein. Äh, so würde ich mir das wünschen. Dann haben wir mit Brick jemanden, wo ich mir sage, ach, da müssen wir mal schauen, was man mit dem noch machen kann. Das ist ein LD-Net-4. Ja, der war, glaube ich, schon mal Hall of Heroes, aber trotzdem heißt das nicht, dass er komplett nutzlos sein muss. Ähm, erste und zweite Fähigkeit, die kennen wir alle schon. Piraten-Attacke ist das gleiche, was die beiden Süßen hier vorne haben und die erste Fähigkeit haben wir alle Piraten-Kapitäne gleich. Jetzt kommt hier nochmal Entwaffnen, wo man halt wirklich, sag ich mal den Gegner wirklich entwaffnet. Man senkt die Verteidigung und Angriffskraft. Okay. Und hier steht hier entzieht hilfreiche Effekte. Also eigentlich ist der quasi nur ein Debuffer. Also mit entzieht hilfreiche Effekte ist auch noch Quatsch, das stimmt nicht. Wenn man hier mal die Suche bestrebt und guckt mal unter vorteilhafte Effekte blockieren, dann springt hier der gute Kollege auch raus. Also das heißt, der Mann entzieht nicht hilfreiche Effekte, sondern er Buff blockt. Ja. Also hier ist die Übersetzung leider auch ein bisschen schief. Ich persönlich würde mir wünschen für einen LD-Net4, was vom Angriffs-Typ ist oder sein soll, der ist ja eigentlich nur basically ein Debuffer. Also ich weiß nicht, wie die... Ich glaube, der kann trotzdem recht gut Schaden drücken mit der Fähigkeit, aber ich würde mir wünschen, dass... Was passiert denn hier wieder, wenn der Gegner Immo hat? Immer dieses Thema, was ist, wenn man nicht entwaffnen kann? Was passiert denn dann, wenn Verteidigung und Angriffskraft beziehungsweise Buff Block nicht drauf kommen können, weil der Gegner Immo hat? Was macht denn Brick dann? Und so eine Sache würde ich mir vielleicht noch wünschen, dass man hier so eine Abbruchbedingung hat, mehr Damage, oder dass man dem generell... Man kann ja einen Gegner auch entwaffnen, indem man ihn einfach lang legt, ne? Einfach Kiel holt. Da muss man ja nicht unbedingt den... Man muss ja nicht unbedingt die Debuff... Also ich finde das ein bisschen komisch, dass der ein Debuffer ist. Ich würde mir eher wünschen, dass er hier mehr Schaden drückt beispielsweise. Wir haben sowieso... Die ganzen Kapitäne sind alle nicht unbedingt Damage-Dealer, bis auf Bark, wo wir ja gerade schon gesagt haben, dass der ein bisschen komisch ist. Ähm... Ich würde mir ja wünschen, dass er vielleicht mehr Damage macht. Ich glaube, der macht schon recht ordentlich Damage, aber das ist trotzdem niemand, den man so regelmäßig sieht aktuell. Und, ähm... Ja, hier wird vielleicht mehr Schaden. Also vielleicht noch irgendwie eine zusätzliche Schadensattacke. Vielleicht haben wir eine Kombination mit der zweiten Fähigkeit. Die macht ja auch recht ordentlich oder kann recht ordentlich Damage drücken. Vielleicht kann man das noch mit der zweiten Fähigkeit irgendwie kombinieren. Äh... Dass man irgendwie sagt... Vielleicht entzieht man ja auch wirklich hilfreiche Effekte, dass man quasi Buff blockt und jemanden strippt. Wäre ja auch nicht schlecht. Und vielleicht, wenn das mal unter Bedingungen passiert, dass man dann sozusagen sagt, okay, wenn das alles passiert ist, vielleicht noch into die zweite Fähigkeit. Ja, dass man die Piratenattacke nochmal irgendwie triggert. Äh... Wenn man wirklich jemanden komplett entwaffnet hat, dass man dann die Piratenattacke triggert. Wäre ja eine Idee, die man haben könnte. Dann macht Brick vielleicht ein bisschen mehr Single-Target-Impact und kann sich selber, ähm... auch noch quasi das Setup setzen. So würde ich Brick wahrscheinlich anfassen. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man die Piratenkapitäne ändern kann, wie ich schon öfter gesagt habe in dem Video, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ist ja schon ein bisschen länger für alle, die durchhalten so lange. Freut mich das sehr. Äh, und wir machen dann gleich auch mit den nächsten Monster weiter. Ich glaube, bei Frigate muss man jetzt hier nicht mehr viel machen. Ich glaube, den kann man eigentlich so lassen. Auch wenn der, ähm... Vielleicht könnte man hier vielleicht über eine Speed-Lead nachlegen statt Angriffskraft-Lead. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher, äh, was man hier machen soll. Der ist schon ziemlich gut. Die dritte Fähigkeit ist schon nicht so schlecht. Ähm... Allerdings weiß ich hier nicht mit dem Bombardement, was man damit so unbedingt anfangen soll. Ähm, da muss man gucken. Gerade auch im Zusammenhang, weil die beiden Fähigkeiten ja auf Caracke auch noch mit dabei sind, was man hier macht. Äh, hatte ich ja vorhin schon bei Caracke mal grundlegend gesagt. Wenn die überhaupt dann die zweite Fähigkeit anfassen, mehr würde ich allerdings hier nicht machen. Die letzte Monster von mir, die wir uns noch angucken müssen, dann sind wir aus meiner Sicht durch mit den Monstern. Auch wenn ich jetzt vielleicht das ein oder andere vergessen habe, glaube ich grundlegend. Ihr könnt ja gerne auch nochmal eure Kommentare schreiben. Wir machen das Video nicht allzu lang. Äh, auch wenn das schon lang genug sein wird jetzt aktuell. Äh, dass wenn, dass wenn ihr noch Monster seht, wo ihr sagt, die müssen noch unbedingt, die habe ich vielleicht vergessen. Schreibt das einfach in die Kommentare. Äh, wie gesagt, das ist hoffentlich auch ein Video, wo auch mal kommt oder es mit zuschaut und, äh, das irgendwann mal hochzieht oder vielleicht auch die deutschsprachigen, äh, kommt oder als Leute mal mit reingucken und sagen, ah, okay, vielleicht könnte man das noch mit weiterleiten oder nicht. Und da kann ich auch mal nur den Hinweis geben. Guckt auch gerne mal in die Kommentare. Da sind immer sehr gute Hinweise gewesen. Zumindest bei so den letzten Videos dazu. Äh, und deswegen würde ich jetzt hierbei über die Robos nochmal reden wollen. Die sind ja leider mit die neueste Monsterfamilie. Ähm, hier beim Robo P27 würde ich mir eher wünschen, dass, ähm, dieser Passiv dazu führt, dass man, äh, ja, man kriegt Angstbalken und wenn ein Gegner eine zusätzliche Runde hat, ist schön. Aber ich würde mir wünschen, wenn der Angstbalken auch auf 100 dann irgendwann mal ist, dass man vielleicht auch noch vor dem Gegner rankommt. Also, weil das ist ja dann der Sinn, ne? Was bringt das mir, wenn eine Sierra dann einfach eine Bomb mich wegbombt, weil sie schon die zusätzliche Runde bekommen hat? Ich hab dann zwar volle Attackbar und wäre damit voller Attackbar weggebombt. Weiß nicht. Also, da würde ich mir eher wünschen, aber es ist halt schwierig, glaube ich, Game Mechanically zu machen, also von der Mechanik her zu machen. Da würde ich mir eher wünschen, dass der Robo quasi, sobald ein Monster eine zusätzliche Runde generiert, kriegt er 50% Attackbar. Passiert das nochmal, hat er 100% Attackbar, aber dann, äh, kriegt das Monster nicht sofort seine Runde, sondern dann ist der Robo erstmal dran, ja. So würde ich mir das wünschen, dass man wenigstens so ein bisschen dann wirklich so eine typische Anti-Violent Unit auch wirklich wird. Momentan ist das noch nicht der Fall. Also momentan ist das immer noch so, dass der Gegner dann erstmal die Runde kriegt, äh, der Robo denn zwar danach dran ist, äh, was er sonst nicht vielleicht wäre und dann reinkatten kann in bestehende, ähm, in bestehende sozusagen Angriffsreihenfolgen von Teams, aber er kann nicht innerhalb eines Monsters reinkatten. Das finde ich sehr schade. Ich denke da gerade so an Lulu aktuell, äh, wobei der ja vom Feuerelement ist und bei Lulu wahrscheinlich auch viel weniger anrichten würde. Aber gerade, ne, so eine Anti-Violent Unit wäre schon ziemlich geil. Vielleicht würde der Robo ja irgendwann, wäre mein Traum. Den Rest der Skates kann man eigentlich so lassen. Wir müssen über den Wasserrobo unbedingt noch reden. Der Wasserrobo, äh, sah ja in den Kampftrainingsplatz sah der ja richtig gut aus, ne. Aber Leute, wenn ihr den mal testet, ist der übel schlecht. Der ist wirklich übel schlecht und vor allem seine zweite und auch seine letzte Fähigkeit, beziehungsweise sein Passiv, sind nicht gut. Also hier würde ich mir sehr wünschen, der zerstört sich ja selbst mit seiner zweiten Fähigkeit. Wenn sich ein Monster selbst zerstören kann, dann muss der aus meiner Sicht so viel Schaden machen, dass der quasi die, also aus meiner Sicht muss das fast schon fixed Damage sein. Also ich würde hier fast schon sagen, das ist ja ein HP-Monster und der Damage sollte aus meiner Sicht so kalkuliert sein, dass je mehr HP er geopfert hat für die Selbstzerstörung, umso mehr Damage muss fix auf dem Gegner-Team verteilt werden. Also da würde für mich, also für mich ist das eine Unit, das schreit für mich nach fixem Schaden, also nach nichts, was man irgendwie mit Crit-Rate, Crit-Damage organisieren muss, sondern so was ähnliches wie Molong-Damage auf S3 oder der Skurgul-Damage auf seinem S3, ne auf dem S3, der S2, also der, wo man den Rock wirft mit dem Skurgul, ist ja auch fixer Schaden, der festgelegt ist. Das würde ich mir hier auch eher wünschen bei dem Robo, dass der fixe Schaden dann quasi anhand seiner Max-HP zwar orientiert ist, ja, also das heißt, je mehr Schaden er quasi, je mehr Leben er quasi geopfert hat, umso höher wird dieser fixe Schaden und das kann man dann vielleicht mit seinen Max-HP steuern, so ähnlich wie das ja auch bei Skurgul ist, aber dass man das momentan mit Crit-Damage und alles was machen kann, uff, ganz schlecht, ganz schlecht und sieht man auch an den Damage-Werten, ist super schlecht und sollte man nicht machen. Und dann der Passiv, auch wieder sowas, wo ich sage, was ist das denn? Hier ist dann, wenn er dann tot ist, ist er ja nicht sofort tot, sondern geht in diesen Wiederbelebungs-Sequenz, wo du basically nur mit einem HP so rumdigitierst und keinen Schutz hast. Also, das finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass man hier wenigstens in dieser Wiederbelebungs-Sequenz, dass man wenigstens ein Unverwundbarkeitsschild hat oder sowas, ja. Das kann man zwar heutzutage alles auch runterglänzen an so eine Späße, aber dass man wenigstens, dass der Passiv nicht komplett nutzlos ist, wenn man angehaucht wird, ist man dann schon tot. Also, da ist diese Wiederbelebungs-Sequenz auch ein bisschen sehr schlecht, finde ich persönlich und würde mir eher wünschen, dass jemand noch einen zusätzlichen Schutz hat, dass man dann quasi auch sich wenigstens eine Runde lang vielleicht einen einen Runden Unverwundbarkeitsschild hat, dass man wenigstens die 25% Leben eine Runde lang wieder hat, dass man dann wenigstens nach einer Runde mit 25% dasteht, garantiert, oder vielleicht sogar ein Zweirundenschild hat, dass man wenigstens mit 50% dann dasteht. Ansonsten ist das eine sehr große, du tötest dich quasi selber, bist dann eigentlich raus aus dem Game und nimmst dich quasi selbst raus. Der Robo ist sowas von schlecht momentan, das kann man gar nicht in Worte fassen. Deswegen, der muss unbedingt verwässert werden aus meiner Sicht und dann haben wir den Robo G92, der nächste im Bunde Faust des Riesen, auch interessante Fähigkeit, die kann ja dann so springen. Wenn du betäubst, kannst du springen und kannst den nächsten dann mit dem Faust des Riesen betäuben. Die macht recht ordentlich Damage, wenn die ausgespielt ist wahrscheinlich sogar noch mehr. Dieser Spell kann bis zu dreimal aktiviert werden. Das Problem ist, wenn du entweder den Gegner tötest, dann betäubst du nämlich nicht mehr, oder wenn du nicht betäubst, dann macht diese Fähigkeit nichts. Also hier würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass die garantiert weiterspringt, dass die zwar dann immer wieder mit betäuben kann, also ich würde mir eher wünschen, dass das ein garantierter Dreifach-Hit oder Vierfach-Hit ist und du dann mit jedem Hit betäuben kannst. Das würde ich mir viel eher wünschen. Vielleicht sind diese Hits dann auch random. Ja, aber so wie sie aktuell ist, schwierig und wieder auch sehr viel Zufall mit drin, was so ein Monster meistens schlechter macht. Also wir gucken mal, wir haben jetzt die Würfelmagier in dem Video nicht drin, aber ich finde die Würfelmagier, die habe ich jetzt hier nicht mit drin, weil wenn man sagen muss, dass die Würfelmagier vom Design her sehr viel Zufall mit drin haben. Aber ich persönlich finde, je mehr Zufall in so einem Monster mit drin ist, in den Menschen auch, je mehr Zufall in so einem Monster mit drin ist, umso schlechter werden die eigentlich, weil man halt immer dann darauf hoffen muss, dass es irgendwie passiert wird. Und deswegen würde ich mir mehr wünschen, dass dieser Zufallsaspekt hier rauskommt. Und dass man zufällig jemanden angreift, kann vielleicht drinnen bleiben, aber dass gerade dieses Thema, wenn man jemanden nicht betäubt oder wenn man zu viel Schaden macht, dann macht diese Fähigkeit nichts. Also dann tötet sich vielleicht ein Monster raus, wenn überhaupt. Und dann war es das. Also gerade wenn der Gegner mit Immu dasteht, macht Robo G92 quasi nichts. Ich glaube der Robo E65, der ist ziemlich nice, den kann man glaube ich nutzen, als Attackbar-Booster, sich selbst zerstören und den Verbündeten Attackbar geben, finde ich ziemlich, kann man glaube ich nutzen. Ich habe den selber nicht getestet, deswegen wage ich mir da jetzt kein Urteil. Ich habe den Robo F29 getestet, der ist glaube ich in Ordnung, da muss man nicht so viel machen. Der kann sehr viel Damage drücken, mit vollem, wenn genug Debuffs drauf sind, hier würde ich mir allerdings wünschen, dass der Schaden erhöht sich um 10% für jeden schädlichen Effekt. Hier würde ich an den 10% schrauben. Das muss höher. Also ich hatte das mit Azima getestet, was so ziemlich mit der beste Debuff am Spiel ist. Da war der Damage Output okay, aber sind wir mal ehrlich, das ist nicht die Standardsituation. Also hier würde ich mir eher so 15%, wenn nicht sogar 20% für jeden schädlichen Effekt wünschen, dass das einfach mehr Schaden macht. Ich muss dazu sagen, ich habe den Robo natürlich auch unausgeskillt getestet, also vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, wenn die Skillups da sind. Aber ansonsten ist der glaube ich vom Design her fein, aber die anderen, die wir gerade besprochen hatten, die würde ich an sich ändern. Das waren aus meiner Sicht die Monster, die man sich angucken muss, wenn es darum geht, 4-Sterne-Monster nochmal ein bisschen zu verbessern. Wenn ich jetzt noch aus eurer Sicht das ein oder andere Monster vergessen habe, dann schreibt das gerne unten rein. Ich bin der Meinung, ja es sind einige nicht genannt worden, wie zum Beispiel die Vampire, die durchaus verbessert werden müssen, oder auch die Cannon Girls. Das sind auch zwei Monsterfamilien, wo ich deutlich auch noch Verbesserungsbedarf sehe. Ja, allerdings habe ich die jetzt hier nicht erwähnt, weil wir gesagt haben, es sind nur 4-Sterne-Monsterfamilien sein müssen. Sonst wird das Video einfach irgendwann noch länger, als es jetzt schon sowieso ist. Da gibt es sicherlich noch einige Monsterfamilien, die verbessert werden sollten. Schreibt gerne eure Kommentare jetzt nochmal unten rein, was ihr meint, was ihr gut findet, was ihr vielleicht verbessern würdet, vielleicht auch Ideen zu Monstern, wie man sie ändern kann. Gerne unten in die Kommentare. Lasst uns da vielleicht so eine Art konstruktive Vorschlagsdebatte führen. So kann man vielleicht auch für Compto erst wieder mal ein bisschen was zuarbeiten, zu sagen, hier guckt mal, hier aus dem deutschsprachigen Raum hätten wir vielleicht die Vorschläge, die man vielleicht noch mit verändern kann. Und vielleicht mit den nächsten Balance-Patches, auch wenn es jetzt nicht direkt der nächste sein wird, weil das Video noch viel zu kurzfristig ist, aber mit den nächsten Balance-Patches, vielleicht kommt da mal irgendwas, dass wir Verbesserungen sehen werden. Oder vielleicht sind die auch schon unerwartet, schon passiert dann, wenn das Video schon online ist, wir werden es sehen. Wenn euch so ein Format gefallen hat, das ihr sowas vielleicht auch öfter und regelmäßiger sehen wollt, natürlich jetzt nicht jede Woche, aber immer dann, wenn vielleicht auch Balance-Patches anstehen, dass wir über sowas reden, macht gerne wieder ein Like rein, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, um mich einfach zu unterstützen weiterhin und auch nichts zu verpassen. und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.